Seifer Nummer 4 steht vor der Türe. Die Besten und angesagt ist der Rapper aus der ganzen Schweiz. Sein Block. Du weißt, wie es läuft. Wir machen das eigentlich ohne Publikum. Aber wir haben ein Herz. Wir verschenken ganz wenig, nur Gästenlistenplätze. Du kannst die Zerschneidbar in die Luft ins Studio schnuppern. Du kannst mit Backstage und Publis ins Chicken essen. Und du kannst dabei sein, wenn Geschichte schon bewährt wird. Besser, du nimmst jetzt schon frei. Besser, du meldest dich an auf virus.ca. Besser, du sagst es vielleicht deinen Kollegen. Dann hast du eine höhere Chance, das Billett zu gewinnen.